jetzt müssen wir nur gucken ob wir lassen sie erstmal weitergehen bevor wir darunter klettern weil vielleicht kommen wir da sowieso hin können wir die zu machen okay hier ist noch mal eisen das bräuchte man schnell ab hier geht es nicht weiter hier ist sackgasse so alles mitnehmen wir brauchen jede ressource das stimmt so dann wollen wir uns noch mal einen eingang hier runter bauen also so runter geht nicht da ist schon eine spitzhacke kaputt wie ist denn mit so du schreist immer so du erschreckst mich mehr als der creeper selbst blöder kerl da hinten ich hab den nur so aus dem augenwinkel gesehen brauche ich nicht hier runter aber ich bin doch hier unten da ist ein skelett vorsicht naja mach du mal ich bäu hier mal eben die cola ab da unten ist lava lava klingt schon mal gut das ist die redstone ebene so und baue ich hier mal eben eine fackel rein nicht dass hier unten irgendwas spawnt wo bist du ja was ist hier komm doch mal zu dir runter ich hasse es mich nur umzugraben runter ist irgendwie für mich leichter egal wohin ist immer kacke entweder kommt was von unten angehoppelt oder von oben lapis was schreist du hier schon wieder so durch die gegend lapis und gold ok ich baue mal ab ne äh wo ist der da gold ist ja eigentlich nutzlos ist seitdem wir bauen irgendwann mal eine äh ja bahnstrecke wie auf meiner eigenen welt habe ich eine riesige u-bahn gebaut ist jetzt nichts schwieriges dabei da kann man die goldbarren gut gebrauchen um diese booster schienen zu erstellen damit man halt mit dem mit dem minen card nicht immer wieder an aussteigen muss und dann halt anschieben oder so ein kohle becken hinten dran ich glaube du bist gerade gestorben kann das ja pass auf da ist glaube ich noch ein creeper pass auf der geht glaube ich gerade in deine richtung oder so ich glaube nicht dass hier irgendwas in meine richtung geht ich bin gar nicht da wo du warst du bist bei mir aber in der nähe gewesen ja also ihr merkt es schon äh voltra ist so ein bisschen schrei aktiv in minecraft besonders wenn es um sowas hier geht regnet schon wieder also ich merke hier unten nichts super komm ich nicht da wieder hin verdammte axt da liegen doch all meine sachen jetzt ich heb sie nicht auf da kann ich eine fackel anbringen und da unten geht es noch in eine riesige weitere höhle also wir haben hier echt kam der denn jetzt daher du warst nämlich hinter mir und hast doch da den da bis lazuli und sowas abgerupft ja ich bin da sogar wieder komplett zurückgegangen also von hinten kam der nicht ja von vorne kann er nicht gekommen sein tja ich bin unschuldig ich war es nicht ach nee jetzt ist wohl unsere hütte auch so ein spacko keine kraftausdrücke in diesem let's play bitte ja ja werter herr da wollte gerade ein zombie an meinen hals springen boah wir haben ja alles hier vor der hütte zombie skelett creeper ja aber ist doch egal wir sind doch sowieso jetzt hier unten ja ich aber noch nicht ich war gerade nämlich draußen ja warum ach ja weil ich gestorben war genau wir spawnen ja noch nicht in der hütte weil wir ja ouch okay ich weiß wo du gestorben bist und ich weiß auch von wo hier was kommen konnte hinter dir war nämlich alles noch dunkel ouch und da hinten ist der andere creeper jetzt will er gerade zu mir oh wie kommt man jetzt nochmal da hin ach da ist noch einer kann ich schön alle auf die gleiche art und weise erledigen so ist da noch was also ich weiß von wo die jetzt gekommen sind okay aber das bringt ja jetzt auch nichts mehr ne ich muss das mal jetzt wieder zu ihr hin kommen aber wie ja ich guck mal dass ich dich irgendwo aufgabeln kann ich hoffe ich finde hier überhaupt raus weiß gar nicht wo wir hier lang gelaufen sind okay hier noch nicht dann sind ah hier okay ich glaube die machen wir mal gerade aus ich mache die mal hier gerade aus cobblestones dann erkennt man die wenigstens äh ja dann wissen wir wenigstens immer von wo wir her gekommen sind so müsste man doch durchkommen oder ja okay so dann gucke ich mal gerade dass ich dich irgendwo aufgabeln kann und mir nichts gefährliches entgegenkommt äh wo hamerte ich denn ähm moment ich glaube wir müssen hier lang ja das sieht gut aus mhm da ist sie ja schon wieder eine spinne ja ja wir sind hier oben auch noch nicht fertig da hinten ging es auch noch weiter wo war ich denn gestorben einfach mir folgen wer ist der creeper wer nicht in minecraft wer nicht die machen halt alles kaputt das sind so störenfriede das sind die rande wandalierer in äh minecraft so jetzt hoffe ich finde ich den weg zu deiner grabesstätte warte ich mach mal hier gerade eine fackeln hin war da hier irgendwo ne hier war doch lapis und genau hier oben war ähm da links und von hier kamen die lol uah da sind ja schon wieder welche ja genau mach den zombie arsch also das sieht mir irgendwie nach einem spawner aus so viele creeper uah und jetzt auch noch ein skelett hier zisch ab ach ich hab keine kohle mit ich hab kohle finden wir ja hier also das ist mir alles hier gerade ein bisschen zu gefährlich irgendwie oha ich glaub ich hab noch was weiteres hier uah war's das schon hier oder was komisch einfach ein block eisen ähm hier ist lava hier ist eisen und hier ist ganz viel wasser wo ich bin ach du scheiße und von da oben können die auch kommen oh das war gerade eine fackel und da unten ist obsidian wir haben keinen diamant hm ja selbst wenn ich mag das neta nicht so ich finde es wird voll überbewertet von notch generell das neta ich finde es eigentlich mehr abfuck als spaß da drin zu spielen so bauen wir uns mal gerade da hoch so und dann guck ich mal dass ich hier irgendwo den wasserfall so ein bisschen stoppen kann weil da wo wasser ist sind nie feinde das ist schon mal gut und plopp damit ist der auch da wo wasser ist sind keine feinde das habe ich aber gerade ein bisschen anders zu spüren gekriegt warum weil ich gestorben war ja aber du bist ja nicht im wasser gestorben ach gott wo bin ich denn jetzt hier schon wieder gelandet ja ich sammle mal hier die kohle ein und so haben wir das halt beim letzten mal auch die ganze zeit gemacht das ist halt ja sehr langwidrig und ich hoffe es langweilt euch nicht wir werden das jetzt hier auch nicht irgendwie zwei stunden lang machen wir wollten euch halt nur mal die höhle zeigen und mit euch mal ein bisschen was anderes machen als immer nur bauen 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 weil das ist ja auch langweilig ich möchte gleich mal von dir ein bisschen kohle ich habe nämlich keine Fackeln mehr hier eine Fackel hier eine Fackel da hä wo ist die hier denn? ach da ich habe mich wieder aufgehoben hm oh da hinten ist ein Skelett naja ich gehe mal hier nicht weiter ja da habe ich und zwar hier guck mal ah ja ok lassen wir das dann erstmal zu und gehen mal wieder zurück und machen mal da weiter wo wir hier vorne waren weil je tiefer wir reingehen desto eher finden wir nicht zurück ja wow 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 ja ich ich habe mich jetzt aber gerade erschrocken die Spinne die ist genau unter dir oh Gott oh 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 ich gehe kaputt oh und du auch da war noch ein Creeper ja klar aber du wurdest von der Spinne getötet ach nee hab ich schon mal erwähnt dass ich Creeper nicht leiden kann? ja hast du platsch 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 platschi platsch tja so kann es dann gehen wenn man mit Voltra in eine Mine geht dann hört man nur oh aaaaah aaaaah ha 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 ich habe den Creeper erst zu spät gesehen ich wollte gerad die Spinne krillen auf einmal hat es den Schwumm gemacht und dahinter war noch einer ja das lustige war ich bin gestorben weil ein Skelett auf einen Creeper geschossen hat weshalb er sich gedacht hat ich geh hoch ha 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 Wir haben viel zu viel TNT in sich hinein gefressen. Ja. Ganz klar. Unser Feld ist schon wieder am blühen. Wir haben es gerade eben erst abgeerntet. Das war nicht schlecht. Also mit gerade eben meine ich natürlich, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gucken wir natürlich immer noch mal erst, was hatten wir zuletzt gemacht. Und ja, da haben wir eben das hohe Weizen gesehen. Oder die hohe, ja, das hohe. Ja, kann man so sagen, ne? Warte auf mich. Und haben es dann eben abgeerntet. Ich muss jetzt hier mal ganz schnell irgendwie weg. Ah. Gut. Jetzt muss ich noch schneller weg, weil jetzt weißt du ja wieder, wo ich bin. Ich werde verfolgt. Hilfe! Oh, was ist das denn? Mach aber nicht zisch und boom. Was machst du denn? Aua, warum geh ich in Scharen? Ich kann da runter gucken. Das ist ja mal stylisch. Und, uah, ich dachte gerade, du kannst mich da runter schubsen. Das ist ja lustig. Naja gut, äh, Moment. Jetzt muss ich nur gucken, wie kommen wir denn jetzt hier weiter, weil... Ich seh hier nix mehr. Wie, du siehst nix mehr? Mach die Augen auf. Ja, ist lustig. Bei mir fehlt hier der Chunk. Und ich häng hier gerade im Nichts. Warte. Ich, äh, reconnecte mal eben. Sekunde. Ich hör, wir spinnen uns, Skelette. Okay, also ich beende mal... Nein, doch nicht. Ich kann so, äh, starten. Ha! Okay, ich kann wieder was sehen. Das ist schon mal vorteilhaft. Dann weiß ich auch, dass ich hier runter muss. Okay. Ja. Du stehst im Jahr. Geh weg. Mensch. Sind wir jetzt wieder zurückgegangen, oder? Nee. Okay, also ich musste die Aufnahme Gott sei Dank nicht beenden. Das ist auch schon mal was wert. Und, ja. Wenn ihr gerade erst einschaltet, liebe Leute, liebe Sportsfreunde. Wir befinden uns hier in der Höhle. In der Mankahöhle. In der Mankamine. Ja, und sind hier fürchterlichen Kreaturen ausgesetzt. Und da kam ein Creeper vorbei. So. Ähm, hier leuchtet alles so komisch. Ich geh jetzt einfach mal hier so durch. So blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Und nehm jetzt einfach mal alles mit, damit du nix mehr hast. Hallo? Wann kann ich das denn nicht nehmen? Leute, oben ist so eine... Ich kann gar nix einsammeln. Null. Ja, ich hab ja auch alles eingesammelt. Bei mir liegt aber noch alles hier rum. Ach ja, die, äh, Serverzeit ist übrigens nicht die schnellste, will ich mal dazu erwähnen. Sonst muss ich mal hier gerade mein Inventar sortieren. Beschütze mich mal gerade. Ja, mit was denn? Ja, genau damit. So. Kann ich ja mit nem Erdblock beschützen. Eine Eisenschaufel. Warum hab ich denn so ne kaputte Eisenschaufel noch hier drin? Äh, hier hast du ein Schwert. Ich hatte zwei. Ja, jetzt hast du halt noch eins. Bin ich ja ein Enderman. Äh, hier hast du noch Fackeln. Irgendwie so kreist hier alles. Irgendwelche Kügelchen über meine Stirn. Ja, das ist doch EP. Aber die sind doch jetzt wieder... Warum hab ich auf einmal ne Werkbank? Hab ich ne... Ach ja, ich hatte ja ne Werkbank mit, ne? Äh, Schaufeln, wie viele hattest du? Weißt du das? Ich hatte eine Eisen, eine Stein. Eine Spitzhacke, genau so. Eine Eisen, eine Stein. Spitzhacke und Schaufel. Eine Eisen, eine Stein kann ich dir geben. Spitzhacken fehlen mir selber. Da hab ich nur meine Eisen. Das ist Eisen. Das Brot hab ich auch. Das Kies hab ich auch. Da fehlen aber noch ein paar Sachen. Äh. Hast du das Lapis? Ja. Das ist das Wichtigste, ne? Was hängt denn da? Ich bau jetzt einfach mal ein bisschen weiter ab. Und äh... Du hast keine Spitzhacken mehr. Äh, ja doch. Aber nicht deine. Ja, aber die meine muss da auch hier irgendwo rumliegen. Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, wo die Sachen hingeflogen sind. Oh oh, das war nicht gut. Lass mich wieder zurück. Hier müssen eigentlich noch irgendwo Sachen rumliegen. Warte, vielleicht da oben. Aber bei mir ist grad sowieso alles komisch hier. Ja, hier liegt noch ein Erdklumpen rum. Hier liegt noch Stein rum. Angeblich. Okay, liebe Leute. Also, wir machen das jetzt folgendermaßen. Weil der Server grad so ein bisschen rumhakt. Vielleicht, weil er schon ein bisschen zu lange läuft. Weil wir haben heute natürlich auch einiges schon an dem Server gearbeitet. Werden wir mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Und, ja, hören uns dann hier an dieser Stelle gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.